Übrigens gibt es mit ihm auch einen lustigen Bug. Und zwar ist es egal, ob man in Mass Effect 1 wirklich, ob man da die Paragon oder die Renegade Aktion genommen hat. Er sagt immer, man hätte ihm eine Waffe ins Gesicht gehalten. Liegt darin, dass beide Aktionen im Save Game geflaggt werden. Und das Spiel, Mass Effect 2 sagt dann wirklich die Renegade Aktion, wenn beides da ist. Man kann es korrigieren, aber ich glaube in Mass Effect 3 bringt das halt nichts. Ich wollte es nicht riskieren. Also in Mass Effect 3 haben sie es dann nochmal etwas anders gelöst. So, wo ist das Ding? So, wo ist das Ding? So, hier drüben. So, hier drüben. So, hier drüben. Ja, ich weiß, wer Theyn Kreos ist. Ich hätte ihm ein paar Informationen verabschiedet, aber ich habe ihn nicht verabschiedet. Was willst du wissen? Vielleicht kannst du mir helfen? Ich kann dir sagen, aber du wirst ihn nicht. Als er mich verabschiedet hat, habe ich ihn verabschiedet. Der Mann niemals verabschiedet hat. Ich verabschiede für Nasana Dantius. Dann habe ich heraus, dass sie die Leute zu verabschieden, um ihre schrecklichen Gehirn zu verabschieden. Sie hat mich verabschiedet, als ich sie verabschiede. Ich habe sie verabschiedet. Ich hätte es gut genug, um zu verabschieden, um sie zu verabschieden. Warum ist diese Name bekanntlich? Sie war eine Repräsentative auf der Citadel ein paar Jahre vor. Genau. Sie hat mich verabschieden, die Slaver. Ich dachte, das war nur ein Verabschied. Sie wissen, wie sie ist. Sie hat noch mehr Macht hier in Nos Astra. Sie verabschieden, um ihre Freunde zu verabschieden. Und ihre Enemies zu verabschieden. So, wo ich finde ich, Thayne? Die Dantius Towers. 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 Ja, damit warten wir noch. Ich suche eigentlich... da drüben. Was ist das? Das ist die Justicar, die ich gesehen habe, Eliam. Wenn ich glücklich bin, werden Dinge ruhig bleiben. Sie kamen ein paar Stunden vor dem Kommerzellsport ein paar Stunden vor. Wenn du da willst, wird das Pferd auf dem Balkon ein Stab. Sei einfach, wenn du sie kennst. Die Justicar sind unsere höchste Regeln und sie bleiben meistens in Asari-Space. Sie ist nicht mit den Aliens zu beschäftigen. Danke für deine Hilfe. Glücklich mit der Justicar. Versuch nicht, sie zu schrauben. Willkommen zu Baria Frontiers. Unser Verkaufschaosk ist da. Kann man ja mal mitnehmen. Ja. 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 Wie woah. Ja. 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 Ein paar Monate nach Thorien zu sterben, meine Hautfarbe hat sich verändert. Meine Biotische Fähigkeiten sind auch nicht stabil. Ich habe auch vivid Räume über meine Zeit mit Thorien mit Thorien. Es ist unverlässlich. Ich spreche mit dem Arbeer-Grupp. Ich empfehle, Shepard. Die Barrier-Frontiers-Repräsentative weiß über das Problem. Warum so wütend? Ich bin aus der Primordialen Muck. Du wirklich denkst, das ist legal? Vielleicht Illion's Contract Analyst sollte es übersehen. Du ignorant, Yokel. Ich war über die Contracte, als deine Ancestoren immer noch zu brennen und sich schlafen. Ich habe nicht eine Contracte Dispute in 70 Jahre. Ich versuche mich. So, du wärst so schwer in deine Contracte-Terms, wenn diese Asari-Kollonisten waren? Wenn sie Asari-Kollonisten wären, sie würden mit Problemen von einer anderen Rache beendet werden. Asari, wie mein Bond-Mate, die die Geht-Rebellen gegen die Quarien. Oder meine Dauern, die die Geht-Rebellen gegen die Quarien. Die Geht-Rebellen, die die Geht-Rebellen gegen die Citadel-Kollonisten waren. One worked in der Embassy, die andere war für die Consort. Ich bin nicht in Hypotheticals, Human. Die Aliens werden niemals sein, meine Allies. Die Geht-Rebellen können, die mir die Geht-Rebellen genutzt werden. Warum war dein Bond-Mate in der Quarien-Home-World? Studium die Quarien. Nicht ihre Technologie, aber ihre Musik. Sie liebte all ihre Art. Sie sagten, sie haben alte Seine. Ich denke, das ist wo meine Dauern sie es. Die beiden lieben mit Menschen sprechen. Sie lösen wie wunderbar. Die Galaxie ist weniger für ihre Verlust. Ja, es ist. Sie denken, sie würden Sie das machen? Ich bin nicht. Ich habe nicht... Ich werde einen Kontrakt anbieter. Keine Tests, keine Fees. There's enough grief in this galaxy. I don't need to add to it. Did you get the star charts? Yeah. I had to deal with Arinya, though. I feel like I need a shower. What do you expect? She's a pureblood. They're all like that. You did it. I just got the revised contracts. Thank you, Shepard. You've saved Zhu's hope again. I don't think I could've... Is it always like this? Yesterday's problems lingering in some new form? Isn't anything ever just fixed? You've got the power to make a difference, Shiala. Not everyone does. You're right. You gave us a chance by saving the colony. I can't let them down. I won't. Thank you for what you've done here, Shepard. I'll keep doing what I can. Maybe sometime, when I'm not organizing the colony and you're not doing whatever you do. Super. I find you everything except what I want to find. For example, you know that new drug, the one that causes permanent neural scarring? That's horrible. There's a 12-page contract for shipping, then a waiver for use. I charge for 50 hours plus overtime. You know, Irenia won't even talk to the non-Asari customers. It's like she's turned pure blood into her religion or something. I heard she lost her daughters when the Geth attacked the Citadel. Right. I'm sure she was a pleasure to deal with before that. You're sure gateway weapons and armor are good enough, Rick? Can I help you with something? I talked to an old friend, Conrad Verner. You told him that the Eternity Lounge was selling red sand. Oh, you're Conrad's friend. Yes, that place is really dangerous. I should know. I'm an undercover cop. Did you get me the deed to the bar? I need the deed to, uh, stop the red sand dealers. Pay attention, lady. Unlike Conrad, I actually know how to use a gun. Wait, 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 wait. This whole place is under video surveillance. You can't shoot me. I don't give a fortune ass about your security cameras. Conrad Verner is an idiot, but he doesn't deserve to be manipulated like that. You're gonna make it up to him. Okay, I'll go tell him the truth. No. You're gonna tell Conrad that he did a great job and then you're gonna leave. That's all. Are we clear? Yes, we're clear. Look, I'm even putting you in for a discount at the kiosk, okay? I'll do that. Talk to Verner and I'm gone. I swear. So geht das auch. Ja, schweres Hauptgewebe. Und, was haben wir hier? Wir brauchen Credits. Oh, blue rose of Ilia. Let your roots dig deep into... Let our scorching sun... ...or your eating rain... ...turn your suffering to me into strength. For if our love is to survive... ...it must not force pierce the hand... ...of any... ...of me. What about you? I'm gonna try and make it as a commando? Why not? Every Asari has Biotics. Might as well use them, right? Also, the tips will be shown. Ich glaube, ich mach das wieder rückgängig. Ich glaube, was ich nicht so gut war. Ich bin so gut. Du kannst das so gefährlich sein mit einem Kontrakt und einer Wager? Ich bin so gut. All das ist gefährlich. Mal gucken, können wir schon was abgeben, oder? Und scheiden noch nichts. Auch cool, einfach ein Salarianer, ein Mensch, ein Turianer. Die eine Azaris-Zeferin zusehen. Die Weapons-Merchants sagten, dass wir die Red-Sand-Dealers geholfen haben. Ich glaube, dass ich wirklich geholfen habe. Du hast einen guten Job, Conrad. Jetzt, dass ich zurück bin, wie geht es, wenn du zurück nach deinem alten Leben gehst? Kannst du. Danke, dass du nicht zu verrückt bist. Es ist wirklich gut, dich zurück zu haben. Damit ist auch das erledigt. Also dann sagt er, oh, es ist okay, unsere Amino-Assätze sind alle unterschiedlich. Also es ist nicht, dass wir Krankheiten oder was, wenn wir natürlich gehen. Ich sage dir, das ist, warum du nicht Menschen mitnehmen soll. Also dann musste ich mich über Gras-Mischi-Fluid-Kontakt erklären. Er hat komplett verletzt den Mond. So, aber jetzt mal weiter im Text. Na genug. Mit irgendwelchen Nebensachen, die nicht mehr wirklich spannend waren. Das war eigentlich alles nur reden und rumlaufen. Pass auf, ich möchte aber erst Ich möchte erst Samara rekrutieren. Wenn ich das jetzt wieder finde. Das ist doch, ja doch, hier lang, ja. Stimmt auf die andere Seite. Ein bisschen komisch organisiert, muss ich sagen. Das ist doch, ich weiß nicht, das ist doch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber das ist immer so, wie ein grosses Ding zu legalisieren. Alle die Gefahr sind da, da auf der Seite. Ich sage dir, relax. Das Axe wird niemals erkennen, wenn du in den gleichen Teilen bist. Nein, ich kann nicht in. Denn es ist eine Krise. Es ist alles Lockdown. Eclips, Mercs, ein Gestikar, ich weiß es nicht. Sie ist die letzte von einer sterben Bühne. Es gibt noch viele Pure-Blood-Asari in ein paar Generationen. Ich fühle mich ein bisschen schade für sie. Ich weiß nicht. Ich habe gehört, dass sie in 5 Jahren heiraten. Ein Pure-Blood-Kind. Es ist einfach... Wir suchen die Weapons. Blue Rose of Iliant. Du hast in einer Tower von Glas und Plastik geblieben. Meine Schönheit unter Glas ist untestet. Wo ist dein Ehre tot? Um zu fertilisieren, die ich in meinem Haus. Wo kann ich denn hier ein Taxi finden? Da. Die Ladezeit gibt es wohl auch noch. Ich sage mal so, damit kann ich noch leben. Schlimm finde ich das nur, wenn man im Aufzug der Normen, die so ein Ladebildschirm schon hat. Ich sage mal so, dass du siehst. Ich nehme meine Güte zu Omega, Detective. Du bist nicht zu gehen, Merchant. Nicht bis ich diese Verkaufel habe. Ich hatte nichts zu tun mit dem. Es waren die Mercenari-Blood-Kindern. Sie können sich nicht ausfüllen. Die Verkaufel war dein Geschäft, Partner. Und ich kann dich nicht ausfüllen. Ich werde dich wissen, wenn du kannst. Was über die Justicar-Kindern? Sie haben die Justicar-Kindern. Sie haben die Justicar-Kindern. Sie sagen, sie könnte sich verrückt und beginnen zu töten. Ich muss mich weg. Sie wird nur die Justicar-Kindern. Ich bin sicher, dass du nichts zu beschäftigen, Pitney-Fort. Ich finde mich in der Station, wenn du mich brauchst. Ich bin sicher, dass du siehst. Ich bin sicher, dass du siehst. Ich bin sicher, dass du siehst. Ich kann dich nicht ausfüllen. Ich kann dich nicht ausfüllen. Was kann ich für dich tun? Ich schaue einen Asari-Kindern. Nämlich Samara. Wenn du mit Samara-Kindern mit Samara-Kindern bist. Ich habe hier schon mehr als genug Probleme. Ich muss mich ausfüllen. Ich muss Samara-Kindern für meine Mission-Kindern. Dann werden wir auf unsere Weg gehen. Die Justicar-Kindern normalerweise arbeiten allein. Aber sie sind für keine möglichen Probleme. Sie will unsere Mission-Kindern, dann. Wenn du sie ausfüllen aus meiner District-Kindern bist, Ich schaue sie zuerst. Sie ist auf der Gefängnis-Szene. Du bist sehr wütend, dass Samara aus deinem District ausfüllen. Meine Böse wollen mich, sie zu enttäuschen. Sie sind Angst, dass sie eine Art Cross-Species-Incident ausfüllen wird. Aber ihr Justicar-Kindern-Kindern wird sie nicht in die Hand genommen. Wenn ich es versuche, muss sie mich töten. Ich habe kein Interesse in sterben. Wenn du sie ausfüllen ausfüllen ausfüllen, mit einer großen, noble cause, bevor ich meine Ordnung habe, ich bin froh, zu helfen. Ihr Superiore sind sie zu einem bestimmten Todesfüllen. Sie haben ein Recht zu verhindern. Sie haben ein Recht zu verhindern. Lass uns das nächste Mal, die Shepard setzen uns gegen impossible odds. Das ist etwa twice a day. Ich bin froh, dass ich nicht so dumm. Ich kann nicht sagen, dass Anaya das Superiore ist. Ich bin ein Fisch und weiß mein Fisch. Ich habe ihn verraten, und ich werde. Unless ich kann sie zu verhindern, dass ich sie zuerst wegfüllen. Wie komme ich zu der Schmerz? Es ist nach dem Körner. Gehen nach, nach der Seite. Inhören die Polizei. Ich sende eine Anzeige, dass Sie in. Bezüglich. Die Eclipse-Lokale-Eclipse-Mirks haben schon über die Back Alleys. Ich muss nachdenken. Gut, Glück. Vor allem Schott zwei halt, ne? Und auch die zwei zusammen. Mmh. Vielen Dank.